Moin zusammen, ich bin's wieder, der Harb und heute bin ich wieder LS 2015. Oh, jo, ich versuche jetzt hier jetzt mal so ein bisschen diese beiden Stapeln hier gerade voneinander zu kriegen, was gar nicht so einfach ist. Aber ich glaube, wir sollen das jetzt nicht allzu genau nehmen. Diese ganze Halle vollstellen mit Ballen kann ich sowieso nicht. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel darauf reagiert, wenn ich das machen würde. So, setzen wir die mal ab, ob das gut geht. Und es geht gut, sehr schön. Ja. Ja. Scheiße, 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 nein. Was ist jetzt, hänge ich hier fest, oder was? Mal gucken, ob ich die wieder offen... Hä? Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Mal gucken, wie gut ich das gebacken kriege hier, ob ich die wieder aufnehmen kann. Einmal nicht aufgepasst, schon hat man hier wieder die... Ja, ich... Hat elend an Dampfen hier. Naja, aber ich glaube, alle aufnehmen kann ich die auch gar nicht. Wird nicht funktionieren. Dann muss ich mit dem Trecker und dem Frontlader hier nachher her. Na, muss ich da noch ran? Den habe ich noch. Den habe ich auch noch. Ja, aber den Rest nicht mehr, gucke ich nicht, dass ich den noch kriege. Da komme ich nicht mehr ran. Aber das ist ja mehr als das, was ich wollte. Na, ich fahre aber mal wieder zum... Oh, oh. Hier steckt was im Verkehr fest. Moment, den muss ich jetzt mal gucken. Ja, ich fahre, ich fahre, ich fahre, ich fahre. Jetzt, so geht es, meine Herren. 100 Prozent. 100 Prozent Gras und der andere, der andere ist leer. Das ist auch hier wieder komisch hier. Das ist auch hier wieder komisch hier. 형er namen entscheidet ich mal was du machst wo ihr seid dann jetzt eigentlich Es ist wie ein Rätsel, meine Damen und Herren. Was? Willst du diese Abfahrer sagen? Habe ich keinen Bock mehr? Ah. Ja, egal. I, und, äh. Hä, auf eine Brüche getroffen, was? Ja, tut mir leid. Mal gucken, ob ich die beim nächsten Mal besser abstelle. Oh, stopp. Hier müssen wir rein, ich will wieder vorbei jagen. Ja. Und dann mal sehen, dass wir die... ...die Balle, da habe ich vergessen vorhin. So, um... ...um... 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 Jo, das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Dann werde ich mit dieser Staffel hier auch Schluss machen. Ich bin nämlich, oder fahrend wird dieses Feld noch leer, ich bin nämlich, äh, jetzt hundemüde, und möchte in die Haier. So, 100%. Dann ist es auch gut gewesen. Aber wir können wohl noch, ne, ein Teil mache ich noch, wir wollen ja noch immer den Drescher kontrollieren, was mit dem ist. Ich glaube, die stehen sich nämlich auch im Weg. Ich parkiere mal wieder, hier habe ich vorhin auch schon gestanden. Und dann gehen wir mal unten zum Feld. Er ist fast fertig hier. Ich glaube, ich brauche bloß ein bisschen vorfahren. Wie viel hat er, äh, nein, harm, nein. Mach ich mal weg, wie viel hat er denn noch? Ah, er hat immer viel. Er war auf jeden Fall fleißig, da kann man nichts sagen, ne? So, immer wieder einstellen. Ja. Und wo ist man trecker da? Dann mal im Ab nach Hause. Den Stapel noch im Abladen und dann ist Schloss. Nee, aber da ist unser Dingsproblem. Das will ich, das will ich noch im Offengrund gehen. Der muss ja einen Grund haben, warum der nicht auf die Schlage ablehnt. Und das möchte ich auch noch wissen. Ich werde ihn hier mal daneben parken. Und da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. So, Licht aus. Dings aus und Handbremse angezogen. So, und wir hüppen dann auch mal Oh, es fliegt schon eine eisige Nacht. Wenn wir nun mal gucken, bei wie viel Prozent das ist, wenn er natürlich schon bei 100 Prozent ist, ne? Dann wäre es ja kein Wunder. 55 Prozent, der ist hier noch lange nicht voll. Aber wie lange erst noch dauert, bis der Abfahrer hier kommt. Das ist jedenfalls. Aber das klären wir dann im nächsten Teil. Irgendwann muss er hier aufkommen. Ja, und wenn ihr euch jetzt wieder fragt, was macht haben, was macht haben, was nichts ist, oder, oh Gott, haben, was ist da denn gemacht? Dann schaut doch den nächsten Teil an, wenn ich wieder LS15 spiele. Bis dann. Binkö! Binkö!